Ich sehe, es ist keine weiteren Fragen. Nochmal vielen Dank für den schönen Vortrag und ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben. Mir ist ja zwischenzeitlich ein Stein vom Herzen gefallen, nämlich weil unser dritter Referent eingetroffen ist, Christian Eckmann, der es geschafft hat, noch rechtzeitig zu kommen und sicherlich einen für uns sehr interessanten Vortrag über das Thema Peritonitis, kann die da selbst es halten wird. Bitte schön, Christian. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich und darf mich ganz am Anfang natürlich bei Klaus bedanken, der es mir ermöglichte, eine Stunde länger zu schlafen. Ich hätte es trotzdem geschafft, aber die Ausschilderung zu diesem Kongress in Planten und Blumen war ein bisschen kompliziert, da bin ich in den Blumen hängen geblieben, hätte ich fast gesagt. Dadurch bin ich ein paar Minuten zu spät gekommen. Ich bitte um Verständnis. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Kooperation führt zur Entwicklung. Ich wusste gar nicht so genau, dass das der Titel von DIVI ist, aber das kann man ein bisschen an mir auch ausmachen oder an der DIVI ausmachen, dass sie so freundlich ist, einen Chirurgen, der infektiologisch interessiert ist, einzuladen zu einer intensivmedizinischen Versammlung. Das finde ich außergewöhnlich, weil das umgekehrt auch nicht so häufig passiert. Ich darf mich da herzlich für bedanken. Und in der Tat ist so der Titel des Vortrags, Fokus, Peritonitis, Candida, Sepsis, so ein bisschen beides. Also es ist einerseits intraabdominelle Mykose, also Candida, Peritonitis, andererseits Candida, Sepsis, also Candidemie, manchmal auch beides zusammen. Ich habe mir vorgenommen, in den nächsten Minuten mit Ihnen erstmal Themen der Epidemiologie zu besprechen, dann das, was wir ja wissen wollen, Mensch, eine schnelle Diagnostik, kriegen wir das hin? Denn oft stehen wir alleine ohne große Diagnostik da, zu dem Zeitpunkt, wo wir glauben, über eine antifungale Therapie entscheiden zu müssen bei Patienten mit invasiver intraabdomineller Mykose. Hier sehen Sie die Forschungsunterstützung, die, die unterstrichen sind, sind Firmen, die anderen sind öffentlicher Natur. Ich fange mal mit einer alten Arbeit an, Epidemiologie. Es ist so, dass wir, sagen wir mal, kurz vor dem Millennium sehr aufmerksam wurden auf Candida-Infektionen. Bis dahin eigentlich blieben die ganz vernachlässigt und auf einmal poppen dann Daten auf, so wie hier von Jean-Louis Vincent aus Brüssel, von der EPIC2-Studie, dass 20 Prozent der nachgewiesenen Rega-Candida sind. Sind das auch wirklich die, die die Infektion hervorgerufen haben? Wissen wir nicht. Aber ich habe mir die Arbeit nochmal angeguckt. Das sind ja Daten aus 2001, 2002, also fast 20 Jahre alt, dass damals die Prävalenz mit knapp sieben Episoden pro tausend Aufnahmen auf der Intensivstation gesehen wurde. Danach begann ein Hype um Candida-Infektionen. Warum? Einerseits, weil sie auch wirklich zugenommen hatten. Denn wir haben immer invasivere Prozeduren bei Patienten durchgeführt, immer riskantere Eingriffe aufgrund Fortschritte der Anästhesiologie und Intensivmedizin. Und diese immuninkompetenten Patienten, die dann auf der Intensivstation landen, haben natürlich ein höheres Risiko, eine solche Infektion zu erleiden von einem Erreger, der normalerweise ein Bewohner ohne großen kausal-pathogenetischen Wert ist. Aber auf der anderen Seite dürfen wir nicht blauäugig sein. Es ist auch die Zeit gewesen, in der gleichzeitig die pharmazeutische Industrie verschiedene sehr wirksame Substanzen auf den Markt gebracht hat. Zum einen das Gluconazol, später dann die Echinocandine. Und wir wären blauäugig, wenn wir nicht sagen würden, dass auch ein Teil der erhöhten Aufmerksamkeit in vielen Symposiumen auch darauf beruht, dass diese medizinischen Innovationen überprüft und natürlich auch in den Markt eingeführt wurden. Was können wir 20 Jahre später sagen? Mein Freund und Kollege Matteo Bassetti, der jetzt wieder nach Genua gegangen ist, hat das in diesem Jahr ein Critical Care publiziert, vor kurzem das Projekt von 23 Intensivstationen aus neun Ländern. Es ist nicht so groß wie EPIC 2, aber immerhin, die haben halt gesammelt, was sie finden, multizentrisch, multinational, retrospektiv. Neun europäische Länder. Und sie sehen, dass die Prävalenz quasi gleich geblieben ist. Also sie ist da, aber sie ist rein objektiv in den letzten 10, 20 Jahren nicht wesentlich angestiegen. Auch können Sie sehen, dass die Verteilung so ist, dass wir eine eher geringere Gruppe haben an Patienten, die eine reine intraabdominelle Mykose haben. Eine gewisse Gruppe an Patienten, die eine reine Kandidemie haben. Und die häufigste Gruppe ist die der Patienten, die sowohl Kandidasepsis als auch intraabdominelle Mykose haben. Wie gesagt, das Projekt bezog sich eigentlich auf Patienten mit intraabdomineller Mykose, von denen aber eine ganze Menge gar keinen intraabdominellen Nachweis hatten, wie Sie hier sehen. Und auch in dem kurzen Überwachungszeitraum, den Matteo Bassetti und seine Freunde übersehen können, haben wir keine wesentlich ansteigende Prävalenz gefunden. Zweiter Punkt, Interdisziplinarität. Ja, es geht nicht nur um antifungale Therapie bei der intraabdominellen Mykose oder bei der Kandidemie. Es geht auch um Fokuskontrolle, Source Control. Das kann, mein Vorredner ist ein Experte auf diesem Gebiet, ganz bestimmt auch durchaus ganz einfach sein, indem man einfach den Katheter rausnimmt, wenn man nur eine Kandidemie nachweist und einen neuen irgendwo anders legt. Das kann aber auch sehr interessante und aufwendige chirurgische Prozeduren nach sich ziehen oder radiologische interventionelle Drainage eines Abszesses. Mit anderen Worten, wir waren soweit oder sind soweit zu begreifen, dass die korrekte Therapie der intraabdominellen Mykose plus minus Kandidemie nicht nur in antifungaler Therapie besteht, sondern auch in wie auch immer gearteter Source Control. Und auch hier nochmal die neuen Daten, die uns Aufschluss darüber geben, ob das so ein prognostischer Faktor ist, wenn wir diese oder jene Maßnahme ergreifen. Zum einen, das vielleicht auch ganz interessant und klar, septischer Schock assoziiert mit intraabdomineller Mykose ist ein negativer Predictor. Okay, das ist der Grund, weswegen wir auch in unseren PEG-Empfehlungen bis zum heutigen Tage sagen, in gewissen Risikokonstellationen antifungal anfangen, aber auch früh absetzen, wenn kein Nachweis ist. Und andererseits müssen wir feststellen, dass die Fokussanierung nach wie vor einen großen Stellenwert hat für die Prognose der Patienten. In der Multivariatenanalyse knapp nicht, aber in der Univariaten sehr wohl. Hingegen der Beginn der antifungalen Therapie innerhalb der ersten 24 Stunden in dieser sehr großen Arbeit nicht ein prädiktiver Faktor war. Was uns, glaube ich, noch konservativer bei der antifungalen Therapie machen sollte. Allerdings muss man hier sagen, sehen Sie 93, also nur ein Drittel, bei einem Drittel der Patienten, die eingeschlossen wurden, konnte man überhaupt etwas über den adäquaten Zeitpunkt sagen. Das zur Epidemiologie. Wir haben also eine Menge Probleme. Wir glauben mit Candida-Scores, wissen wir eigentlich, kommen wir jetzt irgendwie auch nicht mehr zurecht. Das ist alles nicht das, woran wir unsere Therapie erreichen. Bis wir die Blutkultur zurückhaben, dauert das zu lange. Und wir haben das Problem, dass wir immer noch eigentlich vielleicht zu breit anfangen und dann später bei einer nachgewiesenen Infektion eskalieren oder deeskalieren. Und deswegen ist so eine empirische antifungale Therapie immer noch relativ häufig, obwohl, wie Sie an den Daten von Eukandai-CU sehen können, womöglich der sehr frühe Zeitpunkt außerhalb des septischen Schocks gar nicht mal so entscheidend ist. Neue Diagnostikmethoden. Naja, jetzt gehen wir erstmal die alten durch. PCT bei Candidemie nicht so. Also wenn, dann eher Normalwerte knapp erhöht. In Mixed Infections, also wenn die Erregern, bakteriellen Erregern noch dazukommen, ja, dann steigt das auch an. Aber da werden sozusagen die Pilze mitgezogen. Denn eigentlich ist das PCT nur erhöht, weil die bakterielle Sepsis indiziert wird und nicht die Fungale. Da kommen wir nicht weiter. Egal auch welche Candida-Species Sie sich da anschauen. 1,3-Beta-D-Glykan, wenn Sie es haben, ist okay. Vor allen Dingen bei repetitiven Messungen und vor allen Dingen als negativer, prädiktiver Faktor. Wenn Sie ein niedriges 1,3-Beta-D-Glykan haben und das auch negativ und niedrig bleibt, dann sind dazu 98% auch keine Pilze im Bauch. Jedenfalls keine Pilze, die eine Infektion verursachen. Das ist durchaus wertvoll. Und an dieser Arbeit von der römischen Arbeitsgruppe und Massimo Antonelli und Mario Tumbarello kann man das auch sehr gut sehen. Die haben hier in dieser Gruppe, vor allen Dingen hier, das finde ich interessant, mit dem negativen 1,3-Beta-D-Glykan kriegten 110 Patienten keine antifungalen Medikamente und von denen hat auch nur einer eine Candidemie entwickelt. Also das ist eine gute Sache, wenn man es hat und damit kann man dieser Arbeit zufolge und auch im praktischen Alltag eigentlich, wenn es verfügbar ist, eine Reihe von unnötigen antifungalen Therapien bei der intraabdominellen Mykose oder bei der Kandidemie, vermuteten Kandidemie, vermeiden. Jetzt haben wir also unseren Weg hier und das kann bis zu fünf Tage dauern, bis wir so eine Blutkulturanalyse und haben, auch von intraabdominellen Proben, die genommen werden, wo die Chirurgen manchmal auch nicht so schlau sind und einfach nur einen Abstrich nehmen. Da wären natürlich Gewebeproben sehr viel sinnvoller, weil sie dann auch die Pilze, die Mycelien sehen können. Da wären auch Aspirationen von Flüssigkeit sehr wertvoll. Chirurgen, wir haben ja das Privileg, dass wir immer so viel Material gewinnen können. In der Bronchioskopie, da sind sie froh, wenn sie zehn Milliliter haben. Wir haben manchmal literweise Eiter und wir können das einschicken, das erhöht die Wahrscheinlichkeit des Erregernachweises. Sage ich immer meinen Kollegen, sagen Sie es denen auch in Ihrer Abteilung. Aber wir wollen eigentlich hier so in diesen Zwischenbereich rein. Wir wollen es gerne früher wissen, also nicht nach fünf Tagen. Und einerseits haben wir Malditov, das ist sozusagen eine Blutkultur wird entnommen und dann Tov, Time of Flight. Dann fliegen die Moleküle, die Erregale durch die Gegend, können identifiziert werden. Das ist ein bisschen simpel, aber für Chirurgen genau das Richtige. Für sie wahrscheinlich nicht einfach, eher zu einfach, aber ich sage es einfach mal so. Früher waren die Geräte riesig, weil die Bakterien auch ein bisschen rumfliegen mussten. Heute offensichtlich brauchen die nicht mehr so viel Platz. Jetzt ist das so ein großer Kühlschrank. Und damit kann man auch Zeit verkürzen. Und die Frage ist an dieser Schnittstelle, wer macht das dann? Soll man sowas auf eine Intensivstation stellen? Ich sage ja, aber es gibt auch genug Mikrobiologen, die sagen, nein, 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 das muss alles bei uns im Labor bleiben. Da kommen dann sozusagen intersektorale Probleme der Kommunikation dazu. Aber da können Sie schon mal 24 Stunden verkürzen. Und von den relativ neuen Methoden ist vom antifungalen Bereich für mich oder auch antibakteriell am interessantesten auch in der Diskussion mit nationalen und internationalen Kollegen das Accelerate-Pheno-System, wo zunächst einmal mit einer In-Situ-Hybridisierungs-Assay mit Fluoreszenz der Erreger identifiziert wird und dann obendrauf eine richtige phänotypische Resistenztestung kommt. Nicht nur Schnelltest-Resistenz-Gen, das ist gerade bei Gramm-Negativen ziemlich problematisch, sondern eine richtige Resistenz-Phenotypische Analyse, bei Pilzen allerdings nicht. Aber Candida glabrata und Candida albicans sind dabei und Sie sehen, dass das in dieser Arbeit, die letztes Jahr publiziert wurde, zu einer massiven Verkürzung. Das ist eine Vollblutprobe, 5 Milliliter, die da reingesteckt wird, führt. Das ganze System ist, wenn es im Vergleich zum Standard der Blutkultur, die bebrütet wird, analysiert wird, ordentlich in den Fällen, in denen auch wirklich was vorlag. Aber auch das Accelerate-Pheno-System ist so konstruiert, dass es in einem Viertel der Fälle bisher anzeigt, dass kein Resultat gegeben werden kann und man bitte auf Routine-Standard-Mikrobiologie ausweichen soll. Das heißt, Accelerate-Pheno ist additiv, aber es wird die Blutkultur-Standards nicht ersetzen. Aber es ist ein sehr interessanter und möglicherweise segensreicher Weg in die Zukunft. Das war Kapitel 2, also die Diskussion über diagnostische Instrumente. Wie können wir früher entscheiden, ob wir antifungal rein müssen, sollen oder nicht, bevor wir den Nachweis nach 3, 4, 5 Tagen haben. Das hier ist ein typisches Bild von der intraabdominellen Mykose, diese weißlichen, wie Kalkspritzer-Arte, ein bisschen wie Pankreatitis sieht das aus, Pankreas-Nekrosen und Kalkspritzer-Nekrosen, ist aber anders. Ist so typisch weißlich, Candida, Albikans, Candidus, Candida, Weiß, Kandidaten, weiße Toga. Da sieht man, dass da auch makroskopisch ein hochgradiger Verdacht besteht zumindest. Manchmal riecht es auch so, wie in der Bäckerei. Und hier sehen wir histologisch das, was den Titel dieses Vortrags ausmacht, die Kombination von Candida peritonitis. Auf rechts oben sehen Sie die Mycelien, wie sie links unten in das Gefäßsystem, in die zur Candidemie werden, einwandern. Und wir haben, und das ist so unfassbar langweilig, weil diese Folie, glaube ich, von infektiologischen Vorträgen in der Hälfte der Fälle zutrifft. Für alle möglichen infektiologischen Erkrankungen mit Risikofaktoren. Resistente Gramm-Positive, resistente Gramm-Negative, aber vielleicht auch Pilze. Ja, auch Pilze. Da gibt es Risikofaktoren. Und ich habe unterstrichen die chirurgischen Risikofaktoren. Rezente abdominelle Chirurgie, schwere nekrotisierende Pankreatitis, Transplantationschirurgie. Das sind die Risikokollektive chirurgisch, die in diesen Analysen meistens die höchsten Odds-Ratios einnehmen mit 7,5 oder 9,1. Während das Vorhandensein einer totalparenteralen Ernährung oder zentral-venöser Katheter auch mit einem Risiko verbunden ist, dass etwa doppelt so hoch ist, 2 oder 3 als Odds-Ratio. Aber die rezente, repetitive abdominelle Chirurgie, gerade in Astomoseninsuffizienz, das ist Risiko. Hier sehen wir die Risikodiagnosen, bei denen man echt aufpassen muss. Bei der diffusen Peritonitis und im oberen GI-Trakt, weil das das natürliche Habitat ist von Candida albicans, aber jegliche Form von Anastomosen, Leckagen im oberen oder unteren GI-Trakt sind häufiger mit einem Nachweis von Candida verbunden. Ebenso wie, wie schon gesagt, nekrotisierende Pankreatitis und Transplantationschirurgie. Um es gleich zu sagen, hier die Empfehlung, die Klaus Botmann geleitet hat, Arbeitsgruppe intra-abdominelle Infektion, war die einzige, die auch was über Pilze sagen durfte. An sich sind das Empfehlungen für antibakterielle Therapie. Wir haben festgestellt, Magenperforationen stabiler Patient nicht beginnen mit einer antifungalen Therapie. Der kommt dann auf die normale Station, ist im Kostaufbau, dann gibt es, oh, der Nachweis von Candida, oh, wir müssen Caspofungin an. Nein, müssen Sie nicht. Das ist nicht Candida-Peritonitis, das ist Candida-Kolonisation. In Ausnahmefällen mit Risikofaktoren, Immunsuppressionen, darüber reden wir nicht, aber der generelle Magenperforationspatient braucht das nicht. Hier eine rezente Publikation, auch aus diesem Jahr, Surgical Infection, die gezeigt hat bei Magenperforationen, ja, da wird häufig 38 Prozent Pilze nachgewiesen, aber nein, in der Multivariatenanalyse keinerlei Zusammenhang mit der Sterblichkeit. Univariat, ja, aber die mit den Pilzen waren zehn Jahre älter und wenn man das rausmändelt, dann bleibt da kein Unterschied. Prophylaxe. In den 90ern von Eggiemann und anderen mit Fluconazol durchgeführt, sollen wir das machen? Es reduzierte die Rate an Candida-Infektionen bei Patienten mit repetitiver, rekurrenter abdomineller Chirurgie, aber es hatte keinerlei Einfluss auf die Sterblichkeit. Und da wir so große Schwierigkeiten haben, ein Risikokollektiv, ein Hochrisikokollektiv festzulegen, wurden im Grunde genommen 195 Patienten umsonst behandelt, um eine Infektion, die tödlich verlaufen würde, zu verhindern. Mit anderen Worten, dieses Prinzip ist verlassen worden. Jeder Patient, der so auf Intensiv kommt, braucht kein Fluconazol. Jetzt kommen wir in den nächsten Bereich, präemptiv. Es gibt Risikofaktoren, es gibt schon vereinzelt Nachweise. Sollen wir diesen Patienten antifungal behandeln? Und Jean-François Timsit aus Frankreich, aus Paris, hat das in der Empirico-Studie untersucht. Hier sehen Sie die Risikofaktoren, kritisch kranke Patienten, mechanisch beatmet. Mit mindestens einem Nachweis als Kolonisation an einer Stelle, Organdysfunktion, Antibiotika-Therapie und neu aufgetretene Sepsis. Kann man sich drüber... Es sind schon eine Menge Risikofaktoren. Also der Candida-Score, der ist schon ganz schön hoch. Aber am Ende des Tages, wenn man die Analyse sieht, hatten von denen, wo wir sagen würden, ja, das ist schon einigermaßen so ein Risikokollektiv, wahrhaftig nur 5% auch wirklich eine invasive fungale Infektion. 5% von den 250, wo man begonnen hat und gesagt hat, hey, die haben echt ein Risiko. Infolgedessen gab es keinen Unterschied bezüglich des Überlebens und des Infektionen durch fungale Erreger bedingten Sterblichkeit. Kein Unterschied. Also wenn nur 5%, das ist logisch. Dann haben wir die Empfehlung der PEG, die darauf hinweisen, dass wenn man den Patienten A, im septischen Schock bei einer postoperativen, rekurrenten Peritonitis hat und B, wenn man den Nachweis in der Blutkultur oder C, wenn man den Nachweis aus der intraabdominellen Flüssigkeit oder histologisch bei solchen komplexen, schwierigen abdominellen Patienten hat, mit verschiedenen Medikamenten behandeln kann. Entsprechend aller nationaler und internationaler Empfehlungen stehen hier die Echinokandine an erster Stelle, weil die Patienten so gut wie immer auch richtig schwer krank sind. Klar ist später eine Deeskalation zu Fluconazol als Stepdown möglich. Datenlage, Doppelpunkt, ein Poster auf der ECMIT vor drei Jahren. Also wenig. Kann man machen, aber muss man nicht. Hier sehen Sie nochmal internationale Empfehlungen von Oliver Corneli aus Köln, den diejenigen, die sich für Pilzinfektionen interessieren, als einer der renommiertesten Pilzwissenschaftler der Welt ansehen können. New England Journal, Lancet, darunter macht er es gar nicht. Auch hier sehen wir verschiedene Regime mit antifungalen Medikamenten, die A, den Vorteil haben, dass sie eine geringe Toxizität haben, dass sie keine Dosisanpassung bei den kritisch kranken Patienten bedürfen und B, den Vorteil haben, zum Beispiel in Deutschland, dass wir 40% Candida-Spezies haben, die entweder von vornherein nicht gegen Fluconazol-ensibel sind oder eine Resistenz entwickelt haben, Candida-Albicans. Also bei 40% Fehlerquote mit dem Fluconazol zu beginnen, ist schwierig. Wenn Ihre lokale Epidemiologie aber sagt, alle meine Candida-Spezies sind Albicans und alle sind sensibel, dann können Sie natürlich auch mit dem Fluconazol beginnen. Ist möglich. Welches Echinokandin, weiß ich nicht. Da gibt es verschiedene Präferenzen, je nach Dynamik, die man selber hat. Wir haben versucht in einer Übersicht, das mal rauszuklamüsern und Philippe Montravert aus Paris und ein paar andere, meine Wenigkeit, mussten feststellen, wir können nicht sagen, dass das eine Medikament besser ist als das andere. Klar gibt es diese eine Reboli-Studie, wo bei schwerkranken Patienten das Anidolafungin besser war als das Fluconazol in bezüglich Sterblichkeit. Das waren aber Patienten mit 90 plus Prozent Candidemie. Das kann ich jetzt nicht so einfach extrapolieren auf die invasive Candidiasis, wo wir Bakteriemieraten haben, die bei 10 Prozent liegen. Das ist schwierig. Am Ende haben wir die drei Substanzen und können froh sein, dass sie alle da sind. Was ich immer wieder nochmals empfehlen möchte, sagen Sie Ihren Kollegen bei solchen Eingriffen, den chirurgischen, bitte nehmen Sie eine Gewebeprobe. Hier kann man histologisch sehr schön die Mycelien sehen und Sie können auch bei repetitiven Relaborotomien, meistens haben ja Patienten mit einer Candida-Peritonitis auch ein offenes Abdomen und müssen alle zwei, drei Tage in den OP. Dann können Sie wieder Proben nehmen und können sehen, wie hier die Mycelien nach und nach vakuolisieren. Das heißt, Sie können den Therapieerfolg sehen. Das heißt leider nicht, dass der Patient von vornherein überlebt. Die Sterblichkeit liegt bei 42 Prozent laut der Critical-Care-Studie von Bassetti, die ich Ihnen am Anfang gezeigt habe. Aber Sie können sehen, ob Sie richtig liegen oder ob Sie noch irgendwas anders machen müssen. Ich fasse mal zusammen. Wir hatten einen Anstieg, aber die Epidemiologie der invasiven Candida-Infektionen ist stabil geblieben in den letzten 15 bis 20 Jahren. Einen rasanten Anstieg können wir zumindest, was die Datenlage international angeht, nicht feststellen. Es ist eine richtig schlimme Erkrankung. Mit 40, 50 Prozent Sterblichkeit bei Infektionserkrankungen kann man sich keinesfalls zufrieden geben. Ich schätze das 1,3-Beta-D-Glykan als negativen, prädiktiven Faktor. Es hilft mir, darüber zu entscheiden, ob ich antifungal beginne oder nicht. Ich bin sehr zuversichtlich, dass mit neuen diagnostischen Markern Methoden wir in der Lage sein werden, noch früher zu entscheiden, ob wir eine Pilztherapie beginnen oder nicht. Die prophylaktische Gabe von Fluconazol oder die präemptive Gabe von Echinocandinen kann zum derzeitigen Zeitpunkt nicht empfohlen werden. Eine empirische Therapie richtet sich nach dem Risikoprofil aus. Die einzige Subgruppe, die ich dann im abdominellen Bereich sehe, ist der Patient mit der postoperativen Peritonitis und dem septischen Schock. Und die bewiesene, entweder in der peritonealen Flüssigkeit beim schwerkranken Patienten oder in der Blutkultur bewiesene Candida-Infektion, die sollte behandelt werden, primär mit einem Echinocandinen, möglicherweise später dann Stepdown mit Fluconazol. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank für diesen umfassenden, sehr schönen und auch praxisrelevanten Vortrag. Gibt es Fragen aus dem Auditorium? Noch hier vielleicht wie vorhin, lasse ich Ihnen noch ein bisschen Zeit und frage selber. Die Daten oder die Evidenz dafür, dass der Nachweis von Candida in einer Spülflüssigkeit, intraoperativ bei einer Anastomoseninsuffizienz jetzt nicht gleich eine Peritonitis darstellt, die sind ja vielfach belegt und erzählt. Trotzdem stellen wir im klinischen Alltag ja fest, dass aus Sorge um unsere Patienten sehr häufig doch mit einer Therapie begonnen wird. Auch wenn eben klassische Anzeichen wie weißliche Belege fehlen, wenn dann vielleicht auch keine Biopsie genommen wurde. Wie vermitteln Sie es Ihren Kolleginnen und Kollegen, dort stringenter zu sein? Also eigentlich ist das ja, muss ich feststellen, sowohl eine schlechte Eigenschaft von Chirurgen als leider auch von Intensivmedizinern ist mir häufig begegnet auf Intensivstationen. Da müssen wir doch jetzt was noch mit die Pilze reinnehmen. Also die Fehler machen beide Berufsgruppen interdisziplinär, wie sie nun mal beteiligt sind. Aber klar, als verantwortlicher Chirurg ist es so, naja, es ist einerseits schwierig, weil die Erkrankung, wie wir festgestellt haben, ist nicht so häufig. Also erstmal gibt es dann nicht so viele Chirurgen, die auch die makroskopische Erfahrung haben. Und zu sagen, ja, okay, sieht nach Pilzen aus oder gar nicht, finde ich ein ganz wichtiger Punkt, den Sie sagen. Also das ist das eine. Und in Ermangelung von Erfahrung kommt Sicherheitsdenken dann durch. Und die Marge, der Weg, der dahin geht, wie wir es auch versuchen in unseren Fachgesellschaften zu vermitteln, ist einfach stringent, wie Sie schon sagen, der Evidenz zu folgen. Wenn das nicht klappt und man trotzdem leider dann mit einem antifungalen Medikament begonnen hat, das finde ich jetzt nicht so dramatisch als Fehler für ein, zwei Tage oder so. Aber wenn dann entweder die Kultur oder das, wenn man es hat, Beta-D-Glucan negativ ist, das ist der eigentliche Knackpunkt. Da unterscheidet sich der Gute vom sehr guten Chirurgen und Intensivmediziner dann auch abzusetzen. Christian, nochmal recht herzlichen Dank für die Erwähnung vom Accelerate-Pheno-System, was die schnellere Diagnostik angeht. Ich möchte nur mal darauf hinweisen, es wird hier ein Symposium geben, es ist zwar ein Industrie-Symposium von der Firma Accelerate, was die erste Studie vorstellen wird, die wir durchgeführt haben, im konkreten Vergleich, konventionelle Mikrobiologie versus diesem Finosystem und das über ein Jahr lang. Das hat erstaunliche Ergebnisse erbracht und ich kann Sie nur einladen, am Donnerstag in dieses Symposium zu kommen. Das sind wirklich gravierende Ergebnisse, muss man sagen, die man auch so in der Positivität nicht erwartet hätte. Gibt es noch weitere Fragen? Eine Frage hätte ich, die Antwort kenne ich wahrscheinlich schon, sie lautet nein, aber trotzdem frage ich. Anastomoseninsuffizienz im oberen gastrointestinalen Bereich, da wurde im Antibiotic Stewardship gesagt, ja, es ist vertretbar, ein Echinokandin zu geben bis zum Beweis des Gegenteils. Sehen Sie das genauso? Ja. Also das ist doch mal eine Überraschung, dass ich jetzt was anderes sage, als Sie erwartet haben. Sonst ist es immer so, dass mir irgendetwas sagt, dass manche Leute die Fragen stellen, schon die Antwort darauf wissen. Nein, ich denke, das ist absolut vertretbar. Das ist eine sehr kritische Situation, Anastomoseninsuffizienz im oberen GI-Trakt. Entweder mit einer großen Operation und Diskontinuität verbunden oder einer WAG-Einlage. Ich würde das auch hier dosiert machen. Ich würde mich am hemodynamischen Zustand des Patienten orientieren. Hat er eine Insuffizienz, die nur ein Viertel der Zirkunferenz umfasst und gut mit einem Endospon behandelt werden kann und ist kreislaufstabil und kommt nach den Interventionen wieder auf die Normalstation, würde ich erstmal die Finger von den Echinokandinen lassen. Die Regel aber ist, dass die Leute doch ganz schön krank sind, weil das erstmal sieben, acht Tage dauert, bis es überall auftritt. Dann dauert es nochmal drei, vier Tage, bis es diagnostiziert wird, weil keiner glauben kann, dass meine Anastomose hochgegangen ist. Und dann sind die schon in einem oftmals instabilen Zustand. Und diese größere Gruppe der Insuffizienzpatienten, bei denen würde ich tatsächlich prinzipiell mit einem antifungalen Medikament auch beginnen. Wir können uns nicht ganz einig werden, wer Ihnen dankt fürs Kommen und für die Fragen. Da hinten sehe ich, ist doch noch eine Frage, bitte. Ja, ich würde gerne nochmal anschließen an die Frage. Wie beweisen Sie dann das Gegenteil? Reicht die einmalige negative Biopsie? Ja, das ist eine Kombination von, wenn es ordentlich genommen wurde, Material aus peritonaler Flüssigkeit, natürlich auch aus Blutkultur, wenn der Patient febril ist. Drei Blutkulturen, Entschuldigung, nicht eine, und repetitiven Material. Diese Insuffizienz wird ja meistens, wie gesagt, mittlerweile nicht mehr mit einem Indexeingriff behandelt, also mit Diskontinuitätsresektion abhängen, sondern mit Endosponge. Das wird alle drei, vier Tage gewechselt. Dann hat man die Chance, immer wieder Repetitivproben zu nehmen. Kann sich ja auch erst entwickeln im Verlauf. Ich würde mich nie darauf verlassen, dass wenn einmal eine Flüssigkeit negativ war, dass sie dann immer pilznegativ bleibt. Die Infektion kann später auch noch im Laufe der konservativen Therapie der Insuffizienz auftreten. Insofern würde ich sagen, Repetitivproben entnehmen und nochmals 1,3-Beta-Deglykanen, wenn das negativ ist, würde ich es nicht behandeln. Das finde ich ein gutes Schlusswort. Herzlichen Dank. Ich danke auch im Namen meines Mitgastgebers Ihnen allen für das zahlreiche Erscheinen, das Interesse. Ich danke meinen Mitrednern für die spannenden Vorträge und wünsche noch einen interessanten Kongress hier in Hamburg. Schönen Tag noch. Danke. Vielen Dank.